Diese rund 200 pro-palästinensisch Demonstrierenden waren zum Odeonsplatz gekommen, trotz des Verbots durch die Stadt München. Auch wegen Drohungen aus dem Umfeld der Hamas war die Polizei mit rund 350 Kräften im Einsatz. Die Stimmung war teilweise aufgeheizt, vereinzelt kam es zu Festnahmen. Schwerwiegende Zwischenfälle gab es aber keine. Inzwischen ist die Versammlung aufgelöst. Schon gestern Abend hatte Oberbürgermeister Reiter auf dem Jakobsplatz anti-israelische Versammlungen scharf verurteilt. Das Feiern des Angriffs auf Israel werden wir hier in München jedenfalls nicht mehr dulden. Die unsägliche Palästina-Demo auf dem Marienplatz am Montag wird daher strafrechtlich sehr genau geprüft werden. Gemeint ist diese pro-palästinensische Demo Anfang der Woche mit fast 400 Teilnehmern. Sie erschien zunächst friedlich, aber nun ermittet die Polizei in einigen Fällen, etwa wegen Volksverhetzung und Beleidigung. Die Polizei verstärkt nun die Überwachung von jüdischen Einrichtungen. Das Jüdische Museum in München hat aus Sicherheitsbedenken seine morgige Teilnahme an der langen Nacht der Museen abgesagt. Gleich über mehrere brisante Themen spreche ich nun mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Herr Herrmann, wie groß ist die Gefährdungslage in Deutschland und in Bayern durch den Krieg in Nahost und insbesondere durch die Terrororganisation Hamas? Wir haben im Moment keine konkreten Hinweise auf irgendwelche geplanten Anschläge. Aber man muss angesichts dessen, was es an langjährigen Erfahrungen internationalen mit solchen Organisationen gibt, natürlich immer damit rechnen, kann es jedenfalls nicht ausschließen. Und deshalb sind die Sicherheitsbehörden nicht nur bei uns in Bayern, sondern in ganz Deutschland natürlich auch in besonderer Aufmerksamkeit und Sensibilität für die Risiken solcher Anschläge. Und ich nehme an, auch in besonderer Sensibilität ist die Polizei gerade im Hinblick auf verschärfte Bedrohungslagen, die sich doch für jüdische Mitbürger hierzulande immer mehr abzeichnen. Bund und Länder, die Sicherheitsbehörden, die Polizei haben sich schon seit letzten Sonntag intensiv abgestimmt. Wir haben auch in Bayern entsprechend die Präsenz bei jüdischen, bei israelischen Einrichtungen verstärkt, fahren verstärkt Streife, haben Standposten verstärkt etc. Also eine deutliche, stärkere, noch stärkere Schutzbewachung für israelische und jüdische Einrichtungen und natürlich auch für Personen, die vielleicht besonders gefährdet sein könnten. Der Rechtsstaat werde konsequent und frühzeitig eingreifen bei Sympathiebekundungen für Terrorgruppen, heißt es. Kann man Kundgebungen, die dafür eine Bühne geben, grundsätzlich verbieten? Versammlungen, die voraussichtlich Straftaten beinhalten, können verboten werden. Das gilt zum Beispiel, weil das strafbar ist, wenn die israelische Flagge verbrannt werden soll. Das gilt, wenn ganz klar Sympathie, Unterstützung für Terroranschläge, für Terrororganisationen entsprechend verkündet wird. Wir brauchen da allerdings auch wieder eine schärfere Vorschrift, die es schon einmal gegeben hat, dass allein die Sympathiewerbung auch für Terrororganisationen verboten wird. Aber insgesamt, wenn so etwas geplant wird, kann eine Versammlung verboten werden. Die Landeshauptstadt München hat für heute eine solche Versammlung verboten. Regensburg hat Ähnliches in der Planung. Und ich halte es für absolut richtig, wo Straftaten in Gefahr sind, verübt zu werden, da müssen Veranstaltungen auch verboten werden. Reichen insgesamt die Einsatzkräfte für die neue Gefährdungslage aus, trotz der insgesamt hohen Arbeitsbelastung der Polizei? Wir haben eine starke Arbeitsbelastung für die Polizei überall in Deutschland, auch bei uns in Bayern. Aber man muss in solchen Situationen natürlich immer Prioritäten setzen. Und angesichts dieses schrecklichen Krieges, des Angriffs der Hamas auf Israel, hat dieses Thema natürlich jetzt auch eine besondere Priorität für unsere Sicherheitskräfte. Herr Herrmann, ich danke Ihnen für den Moment. Wir sprechen uns gleich noch zu einem weiteren Thema. Untertitelung des ZDF für funk, 2017